Musik Grundsätzlich kann man Musik eigentlich aus meiner persönlichen Sicht in zwei Kategorien einordnen, unabhängig davon, welche Musikrichtung man hat. Und zwar Songs, die überwiegend eine Geschichte erzählen, mit einer filmreifen Idee möglichst, die natürlich einen Verlauf hat und dann eine Story erzählt mit Spannungsbogen. Oder eine Story, die natürlich auch einen Spannungsbogen hat, aber in der es vor allem um Gefühle geht. Es geht um ein Mädchen, was in Nevada ist und da auf ein Festival geht und dann widerfährt er etwas Schlimmes. Es geht um die Vergewaltigung eines Mädchens in der Wüste von Nevada und die Tötung bei einem Festival. Alles ist perspektivisch und es ging hier darum, dass wir Nevada haben als weite Fläche, auf der erstmal eine Ansammlung von Menschen ist im Sinne eines Festivals, also erstmal ein grundsätzlich positiver Ort. Und letzten Endes ist die Perspektive dann halt auch für den Vergewaltiger und Zerstückler ist das alles super gelaufen. Für den ist das ein Happy Moment. Also deswegen diese fröhliche Atmosphäre, die teilweise mit der Musik transferiert wird. Und dann eben auch die doppelperspektivische Betrachtung des Themas Tod, wo wir dann eben auch diesen Erlösungscharakter haben nach einem schlimmen Ereignis, in diesem Falle die Vergewaltigung, bei der das Mädel dann doch auch eine gewisse Erlösung hat und eben zum Himmel fährt, was durch die hochlaufende Gesangsmelodie dann eben transferiert wird. Er ist schon relativ deep und das Ganze auch mit vielen Höhen verbunden, aber ja, ich kann da auch nicht so viel zu sagen. Man muss ihn fühlen und ihn nicht hören. Wir sehen uns beim nächsten Mal.